Die UEFA Europa League ist nach der UEFA Champions League der zweitwichtigste von der UEFA organisierte Fußball-Europa-Pokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften. Sie wurde 1971 unter dem Namen UEFA Cup, zu Deutsch UEFA Pokal, als dritter Europa-Pokal-Wettbewerb begründet und 1999-2000. mit dem aufgegebenen Europa-Pokal der Pokalsieger zusammengelegt. Ihren heutigen Namen erhielt sie nach der Saison 2008-09. Der Wettbewerb umfasst in seiner derzeitigen Form eine aus drei Runden bestehende Qualifikationsphase, eine Playoff-Runde und den Hauptwettbewerb, der aus einer Gruppenphase und fünf darin anschließenden K.O.-Runden besteht. Der Gewinner des Wettbewerbs spielt seit 2000 gegen den Sieger der UEFA Champions League um den UEFA Supercup und erhält seit der Saison 2014 15. einen Startplatz in der UEFA Champions League der folgenden Saison. Rekordsieger ist mit vier Titeln der FC Sevilla. Geschichte Als offizieller Vorgänger des UEFA Pokals gilt neben anderen Vorläufern wie dem International Football Cup derzeit gleich zum Europapokal der Landesmeister seit 1955 durchgeführte Messe Städte Pokal. Der initiiert von hochrangigen Fußballfunktionären. Zunächst nicht von der UEFA, sondern privat organisiert und im Gegensatz zu etwa dem IFC nur Clubs aus Handelsmessestätten, größtenteils unabhängig von deren Platzierung in der Nationalen Liga, vorbehalten war. Im Unterschied zum Messestädte-Pokal konnten hier Clubs aus allen Mitgliedsländern, die nicht bereits für den Landesmeisterwettbewerb oder den der Pokalsieger qualifiziert waren, teilnehmen. Zudem wurde die Teilnahme von der Liga-Position abhängig gemacht. Für viele Clubs, die nicht genügend Spielstärke besaßen, um Meister oder Pokalsieger ihres Landes zu werden und sich somit für den Europapokal der Landesmeister bzw. den Europapokal der Pokalsieger zu qualifizieren, bot sich von nun an mit bis zu vier Startplätzen pro Landesverband eine gute Möglichkeit, dennoch am Europapokal teilzunehmen und sich im internationalen Vergleich zu messen. Erster UEFA-Pokalgewinner wurde 1972 Tottenham Hotspur. In den 1970er Jahren duellierten sich deutsche, niederländische und belgische Clubs mit den englischen um den Titelgewinn. Zwischen 1968 und 1984 durchbrach mit Juventus Turin 1977 nur einmal ein südeuropäischer Klub die Dominanz der Mannschaften aus dem Norden. Dies änderte sich ab Mitte der 1980er Jahre. Nach den beiden aufeinanderfolgenden Siegen von Real Madrid begann 1989 mit dem Triumph des SSC Neapel die Siegesserie der Italiener. In elf Jahren waren italienische Clubs achtmal erfolgreich. Allein Inter Mailand holte sich in dieser Zeit dreimal den Pokal. 1995 führte die UEFA die Fairplay-Wertung ein. Bis zur Saison 2015-16 stand den drei fairesten Verbänden der Vorsäuse jeweils ein zusätzlicher Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde des Wettbewerbs zu. Jeder Nationalverband hatte die Aufgabe, eine nationale Fairplay-Rangliste zu führen, aus welcher der jeweilige Fairplay-Teilnehmer ermittelt wurde. Seit der Entscheidung, den höherrangigen Europa-Pokal der Pokalsieger abzuschaffen, qualifizierten sich von der Saison 1999-2000 an die jeweiligen europäischen Pokalsieger ebenfalls für den UEFA-Pokal. Bisher konnte nur der FC Porto in der Saison 2010 Elfte als Pokalsieger gewinnen. Im Jahr 2000 sicherte sich mit Galatasaray Istanbul erstmals ein türkischer Klub einen Europa-Pokaltitel. Seit 2005 haben drei Mannschaften aus der ehemaligen Sowjetunion den UEFA-Pokal gewonnen. Der FC Sevilla konnte in den Jahren 2006 und 2007 den UEFA-Pokal gewinnen und den Titel damit verteidigen, dies war zuvor nur Real Madrid in den Jahren 1985 und 1986 gelungen. Eine erneute Titelverteidigung gelang dem FC Sevilla im Jahr 2015, wodurch der Verein zum Rekordmeister des Wettbewerbs wurde. Dabei hatte die Mannschaft im Vorjahr als erste überhaupt, die sportlich gar nicht qualifiziert gewesen und nur durch finanzielle Ausschlüsse anderer Vereine als Tabellenneunter nachgerückt war. Die Europa League gewonnen. Nach der Spielzeit 2008-2009 erfolgte die zweite große Veränderung des Wettbewerbes. Mit dem Ziel, den UEFA-Pokal aufzuwerten und vor allem in Bezug auf Werbe- und Sponsoreneinnahmen der Champions League anzunähern, wurde der UEFA Cup in UEFA Europa League umbenannt. Gleichzeitig wurde der Wettbewerb grundlegend verändert. Näheres dazu siehe Abschnittspielmodus. Teilnehmende Mannschaften Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Pokalsieger aller 54 Mitgliedsverbände der UEFA. Zusätzlich dürfen bis zu drei Mannschaften pro Verband teilnehmen, welche in der Abschlusstabelle ihrer Liga die Plätze hinter denen belegen. Die zur Teilnahme an der UEFA Champions League berechtigen. Darüber hinaus erhielt bis zur Saison 2015-16. jeweils ein Verein der drei besten Verbände in der Fairplay-Wertung einen zusätzlichen Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde. Erstmals zur Saison 2015-16. erhielt der Europa League-Sieger einen Startplatz in der Champions League. Ebenfalls seit der Spielzeit 2015-16. bekommt ein unterlegener nationaler Pokalfinalist keinen Startplatz mehr. Auch wenn sich der Pokalsieger für die Champions League qualifiziert hat. Stattdessen ist der nächstbeste Verein in der Liga qualifiziert. Eine Ausnahme bildet Lichtenstein. Da das Fürstentum keinen eigenen Liga-Betrieb hat, tritt nur der nationale Pokalsieger für das Fürstentum an. Theoretisch wäre es denkbar, dass ein Verein durch ein erfolgreiches Abschneiden in der Schweizer Liga ein weiteres Ticket lösen könnte. Dem entgegen steht zum einen die allgemein zu schwache Spielstärke der Lichtensteiner Klubs, zum anderen eine besondere Vereinbarung mit dem SFV. Dass Lichtensteiner Vereine im Falle eines erfolgreichen Abschneidens in der Schweizer Liga auf ihre Teilnahme verzichten. In einem solchen Fall würde ein Schweizer Verein auf den freien Platz rücken. England und Frankreich entsenden zusätzlich zum Nationalen Verbands-Pokalsieger auch den Gewinner des Liga-Pokals in den Europapokal. Daher entfällt bei diesen beiden Nationen jeweils ein Platz über die Ligatabelle. Sofern sich der Gewinner des Liga-Pokals nicht bereits für die Champions League oder die Europa League qualifiziert hat. Wie viele Mannschaften welcher Nationen zugelassen werden, hängt zum einen von der Platzierung in der Fünfjahreswertung ab. Zum anderen vom jeweils aktuellen Qualifikationsmodus. Dieser Modus legt zudem fest, in welcher Spielrunde die jeweiligen Teilnehmer in den Wettbewerb einsteigen. Zumindest in Details finden hier jährliche Anpassungen statt. Für die Gruppenphase sind ab der Saison 2015 16.16 Mannschaften direkt qualifiziert, statt wie seit der Saison 2012 13.7. Alle weiteren Teilnehmer starten zunächst in der vierstufigen Qualifikationsphase, aus der 22 erfolgreiche Mannschaften hervorgehen. Zu diesen 38 Vereinen kommen noch zehn unterlegene Mannschaften aus den Playoffs der Champions League. Außerdem dürfen in der dritten Runde die acht Dritten der Gruppenphase der UEFA Champions League einsteigen. Von diesen gelang es Galatasaray Istanbul, Feyenoord, Rotterdam, ZSKA Moskau, Schachta Donetsk, Atletico Madrid und dem FC Chelsea. Den UEFA Pokal bzw. die UEFA Europa League zu gewinnen. Ein Gewinn eines Europa-Pokaltitels führt nur zu einem weiteren Teilnehmerplatz. Falls sich der betreffende Verein nicht anderweitig für einen der beiden Wettbewerbe qualifizieren konnte, erfüllt ein Klub die sportlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Wettbewerb, so behält sich die UEFA vor, eine Lizenzüberprüfung vorzunehmen und die Mannschaft gegebenenfalls nicht zuzulassen. Seit 2004 kam es aus lizenztechnischen Gründen zu folgenden 46 Ausschlüssen vom UEFA Pokal bzw. der UEFA Europa League. Die erste Division Belgiens erhält derzeit drei Startplätze in der Europa League. Der Pokalsieger startet in der Gruppenphase der Europa League. Der 3. Platz in der Meisterschaftsrunde der Belgischen Liga berechtigt zur Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde. Der dritte belgische Teilnehmer wird über Playoff-Spiele ermittelt und startet in der 2. Qualifikationsrunde. Die Bundesliga erhält derzeit drei Startplätze in der Europa League. Der DFB-Pokalsieger ist direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Der Liga-Fünfte nimmt direkt an der Gruppenphase teil. Der Tabellen-Sechste steigt in Qualifikationsrunde 3 in den Wettbewerb ein. Darüber hinaus qualifiziert sich der Bundesliga-Vierte für die Gruppenphase, falls er in der Playoff-Runde der UEFA Champions League scheitert. Sollte der DFB-Pokalsieger gleichzeitig auch über die Bundesliga-Platzierung oder für die Champions League qualifiziert sein, rückt der Tabellen-Siebte der Bundesliga nach der aber zunächst in die dritte Qualifikationsrunde muss. In diesem Fall muss der Liga-Sechste nicht in die Qualifikation, sondern steigt direkt in die Gruppenphase ein. Zwischenzeitliche Überlegungen, den deutschen Liga-Pokal aufzuwerten und dem Sieger analog zu England und Frankreich einen Startplatz in der Europa League zuzusprechen, wurden wieder verworfen, der Liga-Pokal wird momentan gar nicht mehr ausgetragen. In Lichtenstein kann nur der Gewinner des Lichtensteiner Cups an der Qualifikation teilnehmen. Er steigt zurzeit in der 1. Qualifikationsrunde ein. In Österreich nehmen der Bundesliga zweite und dritte an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Cup-Sieger an der 3. Qualifikationsrunde teil. Gegebenenfalls steigt noch der Meister in den Playoffs oder der Gruppenphase ein, falls er die 3. Qualifikationsrunde oder die Playoffs der UEFA Champions League erreicht und dort unterliegt. In der Schweiz startet der Tabellenvierte in der 2. Qualifikationsrunde. Der Tabellendritte startet in der 3. Qualifikationsrunde. Der Pokalsieger nimmt an den Playoffs teil. Unterliegt der Wiesemeister in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League, so nimmt er ebenfalls an den Playoffs teil. Spielmodus Seit Beginn der Saison 2004-05 gibt es auch im UEFA Pokal eine Gruppenphase, während in früheren Jahren ausschließlich K.O.-Runden ausgespielt wurden. Zunächst bestritten nach 2. Qualifikationsrunden 80 Mannschaften in Hin- und Rückspiel die 1. Hauptrunde. Anschließend trugen die 40 siegreichen Klubs die Gruppenphase in 8 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften aus. Wobei immer nur eine Halbserie ausgetragen wurde. In der jede Mannschaft genau ein Spiel gegen jede andere absolvierte und insgesamt 2-mal Heimrecht hatte. Die ersten drei Vereine jeder Gruppe kamen zusammen mit den 8 Dritten aus der Champions League in die nächste Runde. Das 16. Finale wurde so ausgelost, dass Gruppensieger auf Drittplatzierte und Gruppenzweite auf die 8 Drittplatzierten aus der Champions League trafen. Mannschaften aus dem gleichen Fußballverband durften dabei nicht gegeneinander spielen. Ab dem 8. Finale gab es bei den Auslosungen keine Beschränkungen mehr. Zur Saison 2019 wurde ein neuer Spielmodus eingeführt. Der in der Vorbereitungszeit zur neuen Saison ausgetragene Inter-Toto-Cup wurde aufgelöst und in die deutlich ausgeweitete Qualifikationsphase zur Europa League integriert. Auch die Qualifikation zur UEFA Champions League wurde verändert. So dass nun mehr Mannschaften als früher vom höherwertigen Wettbewerb in die Europa League absteigen und hier weiter spielen können. Die erste Hauptrunde wurde zur Playoff-Runde umbenannt und bildet den Abschluss der Qualifikationsphase. Die Hauptrunde beginnt nun erst mit der Gruppenphase. Diese enthält nun 48 Teilnehmer, welche in zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegeneinander antreten. Zur Bestimmung der Platzierungen in der Abschlusstabelle sind die erreichten Punkte ausschlaggebend. Danach werden die folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge verglichen. Erzielte Punkte im direkten Vergleich Tordifferenz im direkten Vergleich Erzielte Auswärtstore im direkten Vergleich Gesamttordifferenz Anzahl aller auswärts erzielten Tore Clubwertung der UEFA Fünfjahreswertung Die Gruppensieger und Zweiten qualifizieren sich zusammen mit den Drittplatzierten der Champions League für die K.O. Runde. Im 16. Finale bilden die zwölf Gruppensieger zusammen mit den vier besten CL-Teilnehmern die obere Hälfte und werden gegen die zwölf Gruppen Zweiten plus vier schlechteren CL-Teilnehmer gelost. Ein erneutes Aufeinandertreffen zweier Gruppengegner ist dabei genauso ausgeschlossen wie rein nationale Begegnungen. Ab dem Achtelfinale gibt es bei den Auslosungen keine Beschränkungen mehr. Seit 1998 wird der Sieger des Wettbewerbs in einem einzigen Endspiel an einem bereits vor Wettbewerbsbeginn von der UEFA festgelegten Spielort ermittelt. Zuvor bestand auch das Finale aus Hin- und Rückspiel im jeweils eigenen Stadion der Endspielteilnehmer. Neben der sportlichen Reputation ist der Wettbewerb für die teilnehmenden Vereine aufgrund der Fernsehgelder lukrativ. Ebenfalls fließen meist zusätzliche Sponsorengelder wegen der erweiterten Berichterstattung, wobei trotz aller Bemühungen der UEFA die Summen, wie sie in der Champions League kursieren, bei weitem nicht erreicht werden. Trophäe Der Sieger der UEFA Europa League erhält für ein Jahr den von der UEFA gestifteten Wanderpokal, auf dem der Name der siegreichen Mannschaft eingraviert wird. Die 15 Kilogramm schwere Trophäe, die aus Silber besteht und auf einem gelben Marmorsockel thront, wurde vom Schweizer Künstler Alex Siegelmann entworfen und 1972 vom Mailänder Unternehmen Bertoni hergestellt. Der achteckige Pokal, der im Gegensatz zum Champions League Pokal keine Griffe aufweist, wird oberhalb des Sockels von einer Gruppe stilisierter Fußballspieler gestützt. Auf dem Pokal selbst befindet sich das Logo der UEFA. Ursprünglich besagten die Regeln der UEFA, dass ein Verein, welcher den Wettbewerb dreimal hintereinander oder aber insgesamt fünfmal für sich entscheiden konnte, das Original dauerhaft behalten darf und eine neue Trophäe für die nachfolgende Wettbewerbe geschaffen werde. Dies ist allerdings im Gegensatz zur Champions League bis dato keiner Mannschaft gelungen, weshalb noch immer die Originalstatue von 1972 im Umlauf ist. Nach dem aktuellen Reglement bleibt der Originalpokal, der für die Pokalübergabe verwendet wird, nun dauerhaft Eigentum der UEFA. Der Sieger erhält eine Nachbildung in Originalgröße, die Siegertrophäe der UEFA Europa League. Ein Verein, der den Wettbewerb dreimal nacheinander oder insgesamt fünfmal gewonnen hat, erhält ein von der UEFA nicht näher spezifiziertes, spezielles Zeichen der Anerkennung. Danach fängt für diesen Verein die Zählung wieder bei Null an. Finanzen In der Saison 2012 Dreizehntel erhielt jeder Verein, der die Gruppenphase erreichte, ein Antrittsgeld in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Mannschaften, die in den ersten drei Qualifikationsphasen oder der Playoff-Runde scheiterten, erhielten einheitlich 100.000 Euro. Ein Sieg in der Gruppenphase wurde mit 200.000 Euro ein Unentschieden mit 100.000 Euro honoriert. Als Bonus erhielten die Gruppensieger 400.000, die Gruppen zweiten 200.000 Euro ausbezahlt. Hinzu kamen noch die Eintrittsgelder aus den Heimspielen. Für das Erreichen der jeweiligen No-Cout-Runde erhielten die Vereine jeweils ausbezahlt. Zwischenrunde 200.000 Euro, Achtelfinale 350.000 Euro, Viertelfinale 450.000 Euro und Halbfinale 1 Million Euro. Der Cup-Sieger bekam 5 Millionen Euro, der unterlegene Finalist musste sich mit 2,5 Millionen Euro begnügen. Ein Verein konnte bestenfalls 9,9 Millionen Euro an Prämien von den insgesamt 125,25 Millionen Euro in festen Zahlungen verdienen. Zu diesen Spielprämien kamen noch die Gelder aus dem sogenannten Marktpull, welcher vor allem aus den TV-Geldern gespeist wurde. Der Marktpull wurde zunächst je nach Marktwert auf die Einzelnationen aufgeteilt. Und anschließend je nach Weiterkommen der Vereine unter den Teilnehmern dieser Nation aufgeteilt. Zur Saison 2012 Dreizehntel betrug der Marktpull für die Europa League 83,5 Millionen Euro. Zum Vergleich. Der Champions League-Sieger erhält 37,4 Millionen Euro und darüber hinaus auch deutlich höhere Einnahmen aus dem 409,6 Millionen Euro schweren. Marktpull. Statistik. In der Geschichte der UEFA Europa League errangen 27 verschiedene Vereine den Titel. Die erfolgreichste Mannschaft ist der FC Sevilla mit vier Titeln. Danach folgen Juventus Turin, Inter Mailand und der FC Liverpool, die jeweils drei Titel gewannen. Zwei Vereine triumphierten bei ihrer ersten Teilnahme. Tottenham Hotspur und der FC Liverpool. 14 Mal gelang es einem Klub, die Europa League und die nationale Meisterschaft im selben Jahr zu gewinnen. Dem FC Liverpool, dem IFK Göteborg und dem FC Porto gelang dies sogar zweimal. Die anderen acht Vereine waren Vereinort Rotterdam, Borussia Mönchengladbach, Juventus Turin, PSV Eindhoven, Real Madrid, Galatasaray, Istanbul, der FC Valentia und ZSKA Moskau. Der zusätzliche Gewinn des nationalen Pokalwettbewerbs und damit das kleine europäische Trippel aus Meisterschaft. National im Pokal und Europa League gelang bisher vier Vereinen. Dem IFK Göteborg, Galatasaray, Istanbul, ZSKA Moskau und dem FC Porto sogar zweimal. Ein Trippel der besonderen Art erreichte der FC Liverpool, der 2001 zwar nicht englischer Meister wurde, aber neben dem UEFA-Pokal sowohl den FA Cup als auch den englischen Liga-Pokal gewinnen konnte. Ehrentitel verteidigen konnten Real Madrid 1986 sowie 2007 und 2015 jeweils der FC Sevilla. Bislang konnten Vereine aus elf Ländern den Wettbewerb gewinnen. Italien und Spanien führen mit jeweils neun Erfolgen diese Wertung an vor England mit sieben Titeln. Die meisten Finalteilnahmen, jeweils 14, haben italienische, deutsche und spanische Vereine vorzuweisen. Siehe auch, Rekordspieler mit vier Titel gewinnen erfolgreichster Spieler des Wettbewerbs ist Jose Antonio Reis. Der 2010 und 2012 mit Atletico Madrid sowie 2014 und 2015 mit dem FC Sevilla erfolgreich war. Die Statistik der Spieler mit den meisten Einsätzen im Wettbewerb wird von Giuseppe Bergomi angeführt. Er bestritt zwischen 1980 und 1998 für Inter Mailand insgesamt 96 Spiele. Die meisten Tore insgesamt erzielte der Schwede Henrik Larsen mit 1 und 30 Treffern. Die meisten Tore innerhalb einer Saison gelangen Radamel Falkau, der in der Saison 2010 Elftel mit 17 Toren die 15 Jahre alte Bestmarke von Jürgen Klinsmann von 15 Treffern übertraf. Fabrizio Ravanelli und Daniel Fonske halten mit je fünf Toren den Rekord für die meisten Tore in einem Spiel. Vier Tore in einem Spiel erzielten unter anderem Edinson Cavani, Radamel Falkau, Luca Toni, Alan Smith, Demi Nikolaidis, Jürgen Klinsmann, Ronaldo, Edgar Schmidt und Anthony Jeboa. Hauptartikel Den höchsten Sieg im Wettbewerb überhaupt feierte Ajax Amsterdam in der Saison 1984-85stel mit 14 zu 0 gegen die Red Boys de Verdange. Der höchste Erfolg nach Hin- und Rückspielen gelang ebenfalls einer niederländischen Mannschaft gegen eine luxemburgische Mannschaft. Feiernort Rotterdam erzielte im Wettbewerb der Saison 1972-73stel 21 zu 0 Tore gegen US Rume Lange. Zweimal kam es bisher im UEFA-Pokal bzw. der UEFA Europa League zu einem Stadtderby. Im Viertelfinale des UEFA Pokals 2005-06 behielt Stoar Bukarest aufgrund der Auswärtstorregel die Oberhand gegen Rapid Bukarest. Und im Achtelfinale der UEFA Europa League 2013-14 konnte sich im Derby San Villano der FC Sevilla gegen Betty Sevilla mit einem 4 zu 3 Sieg im Elfmeterschießen behaupten. Giovanni Trapattoni gewann den Wettbewerb als bisher einziger Trainer dreimal, mit Juventus Turin 1977 und 1993 sowie mit Inter Mailand 1991. Luis Moloni mit Real Madrid, Juan de Ramos mit dem FC Sevilla, Rafael Benetez mit dem FC Valentia und dem FC Chelsea sowie Unai Emery mit dem FC Sevilla gewannen den Titel zweimal. Sowohl als Spieler als auch als Trainer gewannen den Titel Dino Zoff mit Juventus Turin. Hub Stevens mit dem PSV Eindhoven und mit dem FC Schalke 04 sowie Diego Simon mit Inter Mailand und mit Atletico Madrid. Hauptartikel, siehe auch. Liste der Fußball-Europa-Pokalsieger. Liste der Teilnehmer der UEFA Europa League. Ewige Tabelle der UEFA Europa League.